Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer weiteren Folge Hearthstone. Wir spielen heute den Tavern Brawl. Ich muss mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, dass der letzte Tavern Brawl nicht gekommen ist bei mir auf dem Kanal, aber es lag halt echt einfach an Krankheit und Urlaub und alle möglichen, dass ich den leider nicht spielen konnte. Aber wir spielen jetzt wieder Isles of Azeroth. Also es ist ein alter Tavern Brawl. Den haben wir ja schon mal gespielt. Wir spielen, ich glaube wir hatten noch eine Warlock Quest, wo wir noch einen Sieg brauchen. Ein Warlock oder Hunter or Druid. Ich glaube wir spielen aber diesmal Warlock einfach mal wieder. Warlock, damit können wir uns dann auch relativ gut Karten an den Mann holen. Finde ich noch nicht ganz okay. Können wir gut machen. Ich denke das ist eine passable Auswahl. So, jetzt muss ich das mal öffnen. Wir spielen gegen einen goldenen Mage. Du hast es gefragt. Du bist aber nicht zu heißen. Oh, hm. Soll ich die Hand behalten? Ich glaube ich packe mal die zwei weg. So. Alles klar, Grüße. Ich habe immer gesagt, wir fangen Turn 1 an mit einem Minion. Oh, den finde ich eigentlich ganz gut hier. Obwohl dieser, der Jost wird ja auf jeden Fall, ähm. Ah, ich weiß gar nicht. Dadurch, dass wir beide keine Minions entdeckt haben, wird er einfach nichts bringen, schätze ich mal. Ist schade, ist schade. Okay, kein Raven Idol, der macht also Doppel-Raven Idol. Geht wahrscheinlich auf Doppel-Minions. Wir gucken uns jetzt auch nochmal an, ob wir ein besseres Minion vielleicht rauskriegen. Ein besseres Renn-Minion. Äh, Twilight Drake. Nehmen wir den Berserker raus, spielen den hier mal raus. Guck mal, was er da jetzt damit macht. Er könnte theoretisch Hero-Ability setzen und in den zwei Zügen weghauen. Nächsten Zug dann noch einen Raven Idol spielen. Ah, es wäre nicht ideal, denke ich. Es wäre nicht ideal. Spielt einen Raven Idol und wird dann wahrscheinlich noch einen Raven Idol raushauen. Vielleicht hat er aber auch einen Spell inzwischen rausgekriegt. Ne, Doppel-Raven Idol, alles klar. Bald hat er dann auch seine ganzen Raven-Idols weggehauen. Jetzt gucken wir mal hier, Discover-Minion. Ein Minion holen wir uns noch, dann haben wir uns jetzt noch zwei Spells. So, nicht so gut. Den hier nehmen wir mal lieber mit. Ein Minion nehmen wir noch, oder ein Minion nehmen wir noch. Das sind alles jetzt nicht so Premium-Karten. So, ein Spell noch auf die Hand. Ja gut, das ist alles jetzt nicht gerade brauchbar, aber Doom finde ich da an dieser Stelle noch eigentlich das Beste. Weil hier Minion-Sacken und so wäre nicht so cool gewesen. Das ist ein sehr, sehr guter Draw hier an dieser Stelle. Dadurch, dass die eigentlich alle Spells sind, kann er jetzt alle Raven-Idols für null spielen. Das ist schon cool. Das ist echt gut. Die andere Sache ist halt, ob sich das wirklich lohnt. Wir können ihn halt nicht zerstören, den 3-2er. Das ist ein bisschen doof. Unstable Portal? Oh, das ist natürlich Lucky. Wow. Das ist wirklich stark. Na, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen jetzt Spells. Ich glaube, wir spielen halt echt Curse of Rapharm. Und hier holen wir uns nochmal einen Minion raus. Wir haben eigentlich nur Minions. Egal. Uh. Das da sieht doch nach einem Turn-5-Play aus. Und dann spielen wir mal das hier noch. Und den Play. Weil dadurch, dass er jetzt den Curse hat, muss er zwei Mana rausschmeißen. Und zwei Mana sind halt... Ah, kann er den Curse jetzt auch billiger spielen? Ja, kann er. Fuck. Egal, er muss den einen Mana dafür rausschmeißen. Das ist okay. Ich hoffe, er holt sich halt bald ein Secret oder sowas. Boah, er holt sich noch mehr Raven-Idols. Wenn wir es schaffen, bis Turn-10 durchzuhalten, wird es möglich sein, dass wir über Doom vielleicht das Spiel noch rumreißen können. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher schwierig. Es ist wirklich ein krasser Draw mit dem 3-2er hier. Das ist echt... übel. Na, wir werden noch sehen, ob das wirklich well-played ist. So, 5 Mana. Er macht den Trade. Yes. Ja. Das finde ich gut. Es ist jetzt wirklich nicht schlecht. Wir gucken jetzt mal noch ein Spell. Gut, wenn es geht an dieser Stelle. Shadow Flame kann man mal gebrauchen. Das ist nicht schlecht. Können jetzt noch einen Minion discoveren. Oh, C'thun. Oder den Codorider. Ich glaube, wir nehmen den Codorider. Und dann spielen wir einfach mal hier das hier. Snake Trap. So, so. So, so. Eine Snake Trap. Wir können selbst auf 8 schon das Board relativ gut clearen. Aber C geht halt echt auf die... What? Okay, das ist krass. Okay, das Ganze wird jetzt ein bisschen problematisch langsam. Aber wir haben Doom dabei. Doom könnte uns immer noch retten. Jetzt mal gucken. Wir brauchen jetzt noch einen Spell am besten. Einen guten. Okay. Sif and Soul ist an der Stelle eigentlich zu teuer. Aber wir werden es trotzdem benutzen. Einfach weil dieses Inspiron und der kriegt den Spell wäre zu krass hier an der Stelle gewesen. Auch wenn wir jetzt 8 Damage fressen. Es wäre einfach zu stark gewesen. Da wären wir dann wahrscheinlich drauf gegangen. Das ist natürlich jetzt krass. Autsch. Das tut weh. Auf jeden Fall hier die Kombo spielen. Board clearen. Er hat zwar jetzt noch 2 Torns, aber das ist in Ordnung. Er wird jetzt nicht so schnell hoffentlich das Board aufgebaut kriegen, dass wir Doom nicht mehr spielen können. Boah. 3 Damage. Ein Zug brauchen wir noch, Leute. Ein Zug brauchen wir noch. Dann holen wir uns einen Minion. Einen Torn hoffentlich. Ja, Hogger ist da doch okay. Hogger nehmen wir mal mit. Und jetzt nehmen wir noch einen Minion. Wir nehmen sie hier. Dann holen wir uns noch einen Spell. Vielleicht kriegen wir irgendwas cooles. Hier so Sith'n'Soul oder sowas. Was ist das? Nee, es lohnt sich. Nehme ich lieber den Shadow Bolt. Und dann spielen wir so. Kriegen dadurch einen Genoll, durch den er erstmal durch muss. Okay, ja, Raven idlet sich jetzt wieder zu Tode. Gut spielt. Na, wir werden mal sehen, ob das gut spielt ist, mein Freund. Du vergisst eine Karte. Von mir. Zack. Nein, hat Jock. Och, come on. Wow. Lucky Jock des Todes. Also der hat ja nur Damage auf mich gemacht, hey. Alter Schalter. Vielleicht sollten wir es dann doch eher nochmal mit dem Priester probieren. Es ist ja immer noch die Quest Priester Warlock, die wir hier gerade machen. Es war jetzt unlucky, Leute. Es war jetzt echt unlucky. Aber manchmal geht es halt irgendwie auch nicht anders. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier. So, so, so. Das passt alles. Gegner finden wir gerade keinen, so wie es aussieht. Hallo? Würdest du bitte einen Gegner finden für mich? Das fände ich sehr, sehr nett von dir. Okay, irgendwie... Okay, irgendwie... ...habe ich so das Gefühl, dass sich das Ganze irgendwie aufgehängt hat oder sowas. Ich starte jetzt einfach Hearthstone nochmal neu. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich erstmal... Ah, ne, wir haben einen gefunden. Ja, klar. Easy. Hat ja auch nur 5 Minuten gedauert hier. So. Oh, wir spielen jetzt auch gegen den Warlock. Ich glaube, der Warlock ist hier wirklich nicht die schlechteste Wahl. Aber irgendwie... ...hatte er wohl ein bisschen die luckier Draws. So, wir confirm das Ganze hier. Wir spielen dann Turn 1 Raven Idol, Turn 1 nochmal Raven Idol über den Coin. Grüßen ihn. Zwei Minions, hätte ich erstmal gesagt, für den Anfang. Obwohl, wir könnten versuchen, ein bisschen Controllier zu spielen und einen Minion und einen Spell nehmen. Das muss ich mir aber jetzt ernsthaft erstmal überlegen. Wir gucken erstmal, was für einen Minion wir kriegen. Es wäre natürlich geil, wenn wir dann irgendwie einen... ...Einsertrop kriegen oder sowas. Summoner 1-1-Copy of each of your other Minions. Finde ich den, hätte ich gesagt, besser. Hallo? Ich habe nicht genug Mana, ich kann das nicht machen. Was denn jetzt schon wieder los? Och, echt jetzt? Jetzt habe ich ein Disconnect? Na ja, dann muss ich jetzt hier mal ganz kurz eben... ...die Aufnahme beenden, liebe Freunde. Obwohl, ich weiß nicht, ich lasse es jetzt einfach weiterlaufen. Ja, es reagiert nicht mehr. Okay, schließen. Jetzt habt ihr halt einfach mal kurz ein Black Screen. Sorry, Leute, aber es geht jetzt gleich wieder weiter. Wir können nämlich... Wartest du mal schnell... Okay, angeblich habe ich auch keine Verbindung mehr zu Battle.net. Das heißt, wenn wir die jetzt nicht gleich wieder aufbauen können, werde ich jetzt hier an dieser Stelle kurz den Cut setzen und sage bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.